hallo willkommen bei der messenger dem tollen und 16-bit spiel mit einer tollen karte hier hast du eine karte ja ich habe tausend zusammen für mein nächstes abkommt der kristall ist wieder da bitte 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 wie gut ist das denn kann ich denn mal looten hey gib mir das bloß nicht sterben hier oder ist es hier verarsche coole wurst wirklich danke liebe spieler sag mal du jetzt du bist hier coole maker ein bisschen was der erge wo eigentlich keiner sein müsste okay dann halt unten lang okay wenn ich noch mal beim händler bin dann hol ich mir endlich mal das besagte upgrade sonne mit weniger schaden super geil schießt als man das gefällt mir nicht da muss man mal welche miteinander reden demnächst bei einem bischen vielleicht so da sind auch welche alles mitnehmen hier also langsam haben wir jetzt mit der steuerung gut raus nach und nach wird man besser glaube ich ich habe was ich wollte jetzt sind wir vor schaden besser geschützt zehn siegel macht so die freunde oder her die freunde hier brauche ich jetzt macht das auch sinn weil am anfang muss ich gar nicht wozu gut sein soll ich meine es wird ja immer auch nicht erklärt aber jetzt komme ich nämlich hier rüber bämm 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 so für die nächsten upgrades brauche ich schon mal ein bisschen mehr aber das kriegen wir schon hin nach und nach ich freue mich noch ein siegel der macht ist das nächste upgrade werde ich mir natürlich kaufen werde um zu wissen wo die siegel der macht sind damit ich dementsprechend die siegel der macht farmen kann da unten geht es nicht uuuu 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 huh schwieriger als gedacht glaube ich aber das können wir hin nichts ist so möglich uuuu ehhh ok 1 2 3 und fertig so ich stehe mir die ganze Zeit schon im letzten Jahr ein Stück auf weil ich meine Fingern nicht von diesem Spiel lassen kann weil es einfach so spaß war Also es ist echt seit langem mal wieder ein Spiel, wo ich sagen muss, ich hab da richtig Bock drauf und hab auch Bock, das über mehrere Stunden halt zu spielen, weil ich einfach so gespannt bin, was auch so uns erwartet. Okay, die Phase ist jetzt, hier rüberfliegen. Bam. Und uns nicht fletschen lassen. Darf ich das auch so, wenn ich rüberfliege? Aber dann treffen die mich, ne? Hm. Schwierig. Da muss ich noch mal kurz in mich gehen, wenn ich da oben bin. Ich meine, gut und schön, dass ich jetzt weniger Schaden nehme, aber... Das hindert trotzdem mich daran... Sag mal, jetzt. Dass ich da runterfalle. Stelle ich mir die Frage... Ja, ob das mit einem Flug hinhaut. Ja, so haut's hin. Okay. Na gut, ein bisschen Schaden kassiert ist ja nicht schlimm. Hauptsache, ich komme hier irgendwie rüber. Jo. Hat geklappt. Hi. Ach, ja. Menschenskinder. So. Grüne Suppe. Hier war auch noch so ein Zeichen für den Siegel, der macht. Ha. Wusste ich's doch. Guck mal an. Richtige Action hier. Äh, warte mal. Okay, ich verstehe. Alles klar. Äh. Äh. Achso. Na gut, ich sterbe nicht. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm, wenn ich hier runterfalle. Ist nur blöd. Hier, warte mal. Ich muss das irgendwie timen. Ja. Ah, Mann. Das war jetzt blöd hier. War doch schon richtig. Einfach nur ne. Genau. So. Hab ich. Süß. Fäng. Meins. So. Und ab dafür. So, was das Siegel gemacht, hab ich jetzt auch. Nice. So, euch gibt's auch noch. Euch kenn ich ja. Ach, er ist jetzt auf der Plattform. Warte mal, hier geht's runter. Bleib ich hier? Ne. Was ist denn hier nochmal? Mich schon ein bisschen überfascht. Ey, warte mal. Hier glättere ich. Ganz sanft runter. Ah. Sekunde. Ich würde nochmal gerne was testen. Äh, beziehungsweise ausprobieren. Okay, das andere ist der Flugweg. Das andere ist der Gleitweg. Geht beides. Hm. Okay. Muss er runter. Aber nicht ohne meine Fackeln hier. Was sind hier noch? Hm. Energie und Zeitkostelle. Was ist das denn? Aber ihr seid das. Ah, okay. Oh Gott, wie hoch. Warte mal, das krieg ich hin. Ne. Ne, so nett. Wups. Okay, dich kann ich so fletschen. Das ist kein Thema. Ach, moin. Was machen wir von euch? Ne. Ist ja schon der Durchgang zu den Katakomben oder was? Ja, guck mal an. Alternativer Weg. Cool. Freut mich, wo ich hier rauskomme. In den Katakomben selber. Die Musik. Ach, moin. Stimmt, ihr seid ja auch noch da. Die Musik. Guck mal, ey, hier. Der, ähm. Wux, Wux-Wux-Tien hieß er, ne? Der Negromant. Wollen wir nochmal treffen werden? Hat er hier so ein Abor oder was? So ein Abor des Bösen. Wenn man eigentlich spielen wollte. Ja, komm, wir gehen einfach mal hier weiter, ne? So, mal kurz auf die Karte kneistern. Ah, das ist ein Siegel der Macht. Könnt's. Äh, obwohl's geht. Das Gebiet ist nicht so groß. Machbar. Die, 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 die. So, Speed. Nio. Äh, äh, doch nicht so viel Speed. Boi. Äh, die KD-Plattform. Ja, 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 ich hab's geahnt, dass du hier ärger machst. Hm. Na toll, jetzt komm ich doch nicht mehr nach oben. Ach, Blödsinn hier. Äh, äh. Okay. Hm, ich frag mich gerade. Ups. Was hier denn ist? Bäh, 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 bäh. Ach, ja, ist in Ordnung. Äh. Hm. Sieht schwieriger aus, als es eigentlich ist, glaub ich. Wow. Okay. Haben wir. Hilfe gespeichert. Supergeil. Weil ist ja hier die Note. Das könnte ja gut möglich sein. Ich vermute es jetzt mal, den Weg zu urteilen Weil er hier schon Mächtig gefährlich ist Wow Da wird wieder gewechselt Hm Jetzt habe ich wieder nach oben, oder was? Ah, okay, jetzt ist der Weg hier frei Okay Abwärts bitte Okay, das ist jetzt Wir kennen dich doch Ah Ach Moin Hm Jeder unsterblich Das macht keinen Sinn Da wird wieder gewechselt In die andere Welt Ich nehme mal die gründe Suppe hier Obwohl ich voll bin Aber nur der Collectible halber Ich brauche jetzt mal zurück Warte mal, ich mach's mal Hm Nee, das ist nicht richtig Ach, ihr seid auch ja da Stimmt Egal ob Zukunft oder Vergangenheit Gegner sind immer schon am Start Ich wüsste gar nicht, dass ich da runter In dieses Wasser komme Das leuchtet mir nicht ein hier Oh, oh, oh Durch die Wand gefletscht, meine Herren So Hm, das ist hier Nichts Hm, eh wieder Ach jo Ach stimmt, ihr Ich bin zwar noch Ich bin nicht Ich bin nicht Ach jo Vergiss mich gar nicht auf die Eier, ne Oh, okay So schnell gehend Ich könnte eigentlich nur hier rüberfliegen, aber das funktioniert so nicht, wie ich mir das vorstelle. Nee. Hm. Okay. So gut, die einen lasse ich mal aus, das ist nicht so schlimm. Oh, die shit. Ha. So, die sind weg. Ach guck mal an, da oben. Ha. 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 Da komme ich nicht dran. Nee, das funktioniert so nicht, wie ich mir das vorstelle. Nee. Ah, das haben die Designer schon gut gemacht. Dass ich mit einem Sprung hier nicht dranhaken kann und dann die Mauer kaputt kriege. Na gut, dann nicht. Wups. Ja. Okay, dann abwärts. So, jetzt aber. Okay, immerhin drauf. Moin. Lauf nicht. Ups. Ich würd grad sagen. Lauf nicht weg. So, hier wird gespeichert. Oh Gott, ja das sieht schon hier fertig aus. Oh nein. Na. Ach guck mal, die fährt mit. Jawoll. Hm. Hier bei euch sieht neu aus. Hier sieht alles neu aus. Aber auch, weil ich dieses Level hier nicht kenne. In 16 Bit. Wie in die Zukunft. So gesehen. Gehen. Hm. Ja, fast nicht ganz. Braucht nix. So geht's auch. Hm. Ich glaub ich grad, ob ich hätte links lang gehen sollen. Aber irgendwie scheint mir das hier richtig zu sein. So von meinem Gefühl her. Ja. Überall die Bilder von ihm, ne? Total geil. Trauern sie um ihn, ne? Hä? Ja, ja. Du als. Ui. Ihr seid meine Lieblingsgegner. Ohne Scheiß. In jedem Spiel seid ihr die. Von den Standardgegnern, die so gebt seid ihr die Schlimmsten. Vomomage. Ach nee. Als Blödsinn da. Muss ja unbedingt sein, ne? Warum auch nicht? Wow. Okay, warte mal. Ja. Aha. So. Alles klar. Wups. Gehen wir rüber. Ja. So. Das nehme ich noch mit. Danke. Hm. Es wird hier ein bisschen. Ja. Ja. Kritisch gerade. Wup. Schnell. Eieieieiei. Reicht das Zeitfenster? Weiß es nicht. Ah, nicht ganz. Aber so. Einer weniger. So. Einmal hier rüber. Jo. Ach komm. Erzähl doch nichts. Wup. Ach kacke. Geil. Mhm. Aber hier genug Kristalle für ein Upgrades. Sehr geil. Ich bin auch hier fleißig am Farmen. Was haben wir denn? Ach so. Ich bin ja fast. Ich bin ja fast schon im Bambuswald. Ich mach Sachen. Ist das der gleiche Weg? Ich schwimme da. Ich müsste ja jetzt der Endpost kommen. Ja Händler. Was geht denn? Ich brauche etwas. Ganz so Geschichten. Ach man. Er hat mir nichts mehr zu erzählen. Ich finde das voll schade. Upgrades. So. In dieses Upgrade hätte ich gerne. Ich brauche die Räume der Bereichskarte in ein blaues Licht, in dem du Vergangenheit und Zukunft reisen kannst. Das heißt ich kann auf der Karte das dann sehen. Wenn ich sie sehe. Ach okay. Das wird mir dann gezeigt als quasi Abschnitte, wo ich wechseln kann. Ja. Dann Mist. Da hätte ich hochgemusst. Ja. Schlöt. Ups. Da ist ja für mich. Ich muss nochmal zurück. Kommt er nochmal jetzt? Guten Morgen. Ich würde mich vorsp réseen. Krübs. Laufst hins letzte Ruhestätte. Wie war es als wäre da eine Nachricht für den Messenger. Lieber Messenger. Laufst hinsächstart. Ha. Kann man mit dem Messenger impres tranquilén rate her. Kannst du dich gut hören? Wenn du es süßtachkann ран? Pues kannst du keine Motiv Juli 나가. Wenn du Paraf pole kicks den konkreten hijo. Wir offense die Finance Tamamen Cat sowas. Als ich sagte, ich habe mit dem Bösen abgeschlossen, meinte ich auch manches auch so. Ich wollte dir sogar mit meinen Relikten helfen. Zuerst wäre das mein Amulett, äh man, zuerst wäre da mein Amulett. Behalt es also als Andenken an mich. Außerdem will ich hier auf dem Gipfeldeck mit der Spitze meinen Stab hinterlassen, der wird dir gehorchen. Solange du mein Amulett trägst. Ich habe zudem ein wenig in den Katakomben gegraben, dabei vermute ich einen geheimen Eingang zu einem neuen Gebiet entdeckt, das du erkunden solltest. Es war dort allerdings etwas dunkel. Suche einen Raum mit einem zwei Fledermäusen und einer einzig bewegenden Plattform. Mach einen geheimen Durchgang. Viel Glück auf deine Mission. Rux-Team. Du hast Rux-Team am Amulett erhalten. Es soll die Kräfte dürfen, dass du aus Stabs freisetzen. Wo ist er? Na, auf der Spitze des Gletschers. Also auf der Gletscherspitze hat er doch gesagt. So, und hier geht es in den Bambusfalt, ne? Ah, okay, eine bewegende Plattform mit zwei Fledermäusen. Ja gut, ich weiß, wo die ist, aber... Frage ist... Komm ich auch so dahin zurück? Gucken wir mal. Vielleicht ist das nämlich meine Aufgabe. Deswegen war da wahrscheinlich auch ein Wechsel... So... Da, wo es blinkt... Ich will ja noch mal gerne, ähm... Den einen Pfad ausprobieren. Da oben. Okay, feuert mal. So, einer. Zwei. Guck mal, hier sind sogar mehr Plattformen als vorher. Voll nett. Guck mal, die Plattformen, die ich mich zerquetschen will, ist trotzdem da. Das ist auch nett. Da. Äh. Ach, Klötzchen hier. Okay. Hm. Da, ich darf nochmal zurück. Aber cool, dass er mir den Hinweis gegeben hat. Weiß ich zumindest, wo sich die Note befindet. Ja, komm her. So, und du auch. Das müsste ja bald kommen. Das, was er meint. Na, ich muss noch ein bisschen weiter zurück. Aber ich finde es saugeil, dass es eine Karte gibt. Ohne Scheiß. So, dass man immer mal gucken kann, wo man sich gerade befindet und was noch zu tun ist. Jetzt haben wir... Also am Anfang haben wir so gesehen, die Welt erkundet und kennengelernt. Und jetzt sind wir dabei, die Welt richtig zu erkunden. Mit allem, was dazugehört. Naja, ist okay. Hm. Weil ich fertig bis komplett Ende. So, und da es nochmal gefährlich wird auf dem Rückweg. Muss ich mich ein bisschen beeilen, bevor ich zerquetscht werde. Alles klar. So, hier wird gespeichert. Nice. Boys, aus dem Weg. Ich muss mal was prüfen hier. So. Du hältst deine Schnauzen. Hm. Äh. Ach, guck mal hier. Kann ich das noch einsammeln. Da weniger Gefahr ist durch Stacheln aus dem Boden. Ja, ja, ja. Tach, 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 tach. Das ist süß. Denk glaube ich bald da. Da müssen wir backtracking gehört leider jetzt, denke ich mal, dazu. Lässt sich nicht vermeiden. Aber ich finde, es geht ja noch. Kommt ja relativ schnell hier voran. Äh, hier muss ich noch nach. Ja. Hui. Hier ist es nämlich. Oder? Warte mal, ich prüfe das nochmal. Aber ich bin mir sicher, dass er diesen Raum hier meint. Genau, es läuft jeder Maus in diese Plattform. In der Zukunft ist da nämlich Wasser. Aber ich komme da trotzdem nicht durch. Frage ist, wie... Stell ich das am besten an? Hm. Ich wechsle mal durch das Zeitportal. Mwap. Aber es gibt ja keinen Durchgang, ne? Ja, auch nicht, ne? Ah, warte mal, das ist ein Stein jetzt zerbröckelt, ja. Gut, dann macht das Sinn jetzt. Ja, oder? Ja. Okay, das habe ich nicht gesehen. Ist für mich immer nicht so leicht zu erkennen, welcher Stein hier zum zerbröckeln ist und welcher nicht. Ist hier was? Nö. Oder nur noch Wasser. Für Amorux-Team. Aber das ist doch nett. Das ist voll nett. Der hat uns sein Amulett gegeben. Und seinen Stab. Hm. Keine Gegner. Ist gedenklich gerade. Oder geht's rein? Was haben wir denn hier? Ach, ein Raum, der dunkel ist. Ja. Hat er gesagt. Höh! 542 Zeitscheiben. Ich sag das immer nichts. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wie zum Henker sehe ich jetzt und was? Die Musik ist ja auch so geil. Ich kann ja weiterhin in den Tod springen, aber das bringt mir ja nichts. Irgendwas fehlt mir. Ne, so gesehen macht das hier alles gar keinen Sinn, weil ich muss ja was sehen. Vielleicht baue ich den Stab. Das heißt, ich müsste zur Gletscherspitze und den holen. Das Amulett habe ich ja. Das heißt, der müsste mir gehorchen. Wenn ich ihm dann sage, mach Licht und ich mach da Licht. Okay, das heißt, hier in den Katakomben ist so gesehen eigentlich nichts mehr zu holen. Das ist vielleicht auch noch ein Siegel, der macht. Eventuell. So. Ich bin kaputt hier. Mal hier raus. So. Naja. Blöd, aber so ist es halt. So, ich wollte dann noch was auschecken. Und zwar... Da oben ist nämlich noch so ein Zeitsprungraum. Das heißt, ich muss jetzt hier die Räume nach vorne gehen und dann eins nach oben. Genau. Jo. Das ist schon richtig. Ach komm. Wenn wir einfach mal... Einfach, ob wir das können. Bäh. Ach Mist. Ach boi. Ach boi. Ach boi. Das reicht nicht. Kacke. Stell mich auch gerade an. Hm. Hier hoch will ich. Ah. Jetzt ist es okay. Ne, ein Raum weiter ist das. Oh ja. Das passt. Genau in die Stacheln. Wau, wau. Wau, wau. So. Genau. Oder? Na doch. Genau da, wo der Stein ist. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie kriege ich den kaputt. Ich würde gerne, dass er in der Nähe der Stacheln ist, dass er reinfällt. Ich nehme den Stern an die Stirn klatsche. Ah. Passt das? Ne. Aber. Ja. Das passt. Hm. Tricky, tricky. Gehe. Ja. Ja. Hab ich. Geil. Okay, ein Siegel der Macht. Oh Gott. Ah. Und nochmal zurück. Ja, Tag. Das auch noch. Na dann. Okay. So, nochmal gespeichert. Das ist nett. Gehe kaputt. Ah, und jetzt wieder hoch. Okay. Yay. Hab ich. Meins. Mein grünes Ding. Grüni. So, grüni haben wir. Jetzt kommen wir zurück. Jo. Irgendwie gefällt mir die Zukunft besser. Allein der Hut ist schon ziemlich geil. Aber das wissen wir jetzt. Der Hut ist das Nonplus Ultra. Ah. Ist mal Ape-Shit geht hier. Zack. Doppel geflatscht, ne? Die kriegen die richtig dicke Packung. Wie. Achso. Das hier. So. Gut. In den Katakomben, wie gesagt, komme ich erstmal nicht weiter, bevor ich da nicht Licht machen kann. Das heißt also, ich brauche, nehme ich mal wirklich stark an, diesen Stab, von dem Ruxin sprach. Also dem, sein, sein Stab. Aber. Hat er gesagt, er befindet sich auf der Gletscherspitze. Ach, hier ist auch noch ein Siegel gemacht. Genau, hier wollte ich hin. Okay, das andere habe ich unfreiwillig gefunden. Auch nicht schlecht. Weil brauche ich dieses Upgrade gar nicht mehr. Finde ich auch so. Okay, das ist hier ein bisschen. Ist ein bisschen knackig hier. Geht aber. Hey. Sammle hier Siegel, der macht mir nix. Hätte ich nicht mit gerechnet. So. Und da oben darf ich einfach mal so rausgehen. Nice. Ich weiß nicht, ob sich hier noch eins befindet. Oder ob in jedem Level quasi, beziehungsweise in jedem Weltabschnitt nur zwei sind. Ich weiß gar nicht, wie viel es insgesamt gibt. Das habe ich leider vergessen. Ich glaube 45 waren es oder so. Komm nicht mehr drauf. Ah ja, es ist das perfekte Spiel für mich, ne? Zeitreisen, Looten, Gegner. Alles dabei. Dieses Spiel macht den Sascha glücklich. Ich finde sogar für das, was es kostet, ist es echt noch günstig. Ich habe es ja vergünstigt gekriegt. Dadurch, dass ich noch ein bisschen was auf Tasche hatte bei GOG. Da habe ich glaube ich nur 12 Euro bezahlt oder so. Aber trotzdem, das Spiel ist echt jeden Cent wert. Es unterhält. Es macht Spaß. Die Musik ist geil. Allein die Idee mit diesem Wechsel von 16, äh, beziehungsweise von 8 auf 16 wird. Oder von 16 auf 8 wird. Je nachdem. Ist schon geil inszeniert. Ist einfach so stimmig. Das ist es halt. Dadurch, dass es halt auch so stimmig ist, macht es auch so eine Langzeitmotivation in meinen Augen. Zumindest für mich jetzt. Ich habe Bock hier die Welt zu erkunden. Einfach zu sehen, was es hier so gibt. Okay, ich habe noch ein bisschen Zeit. Alles gut. Ach. Nicht auf dem Korb. Also mit dem Schwert auf dem Korb. Nicht drauf springen. Dadurch, dass ich hier so viel Backtracking betreibe, habe ich jetzt wieder so viel gesammelt, dass ich mir vielleicht noch ein Upgrade leisten kann. Ich probiere einfach mal beim Händler, was er so hat. 32 noch. Brauchst du etwas Upgrades? Hier haben wir noch eins. Fügt der Wacker in einen Zähler für den jeweiligen Bereich übriger Siegel, der macht ihn zu. Nice. Supergeil. Brauchst du etwas? Nö, ich habe eines der wichtigsten Sachen hier. Ein Brösterzähler? Wenn sie grün sind, habe ich sie ja schon gefarmt. Nehme ich mal stark an. Warte mal, ich teste das mal. Ah, okay, da unten steht es. Drei von drei. Zwei von vier. Hier gibt es eins. Ninja drauf. Echt, da gibt es ein Siegel immer. Gut. Okay. Da haben wir nur die Hälfte. So, ne, Katak... Weh, weh, weh. Wie nichts. Das ist ein Bereich unter den Kataktenkonten. Dunkle Höhle. Wie geht es denn da hin? Das heißt, wir haben noch nicht mal gerade alles... Wir haben noch nicht mal alles entdeckt. Fantastisch. Wir haben hier drei von drei. Das ist supergeil. Da haben wir keins. Keins. Da haben wir alle. Jawoll. Heulene Grotte. Eine von drei. Eine von drei. Eine von drei. Eine von drei. Eine von vier. Fertischer Spitze. Eins von drei. Eine von vier. Okay. Das ist ein cooles Feature. Gefällt mir. So, den Brief von Christine haben wir schon gelesen. Muss ich wechseln? Oder kann ich auch so weitergehen? Ne, ich kann auch so weitergehen. Ich muss das nicht wechseln. Ich bleib erstmal hier. Ui. Ja, genau. So wird es gemacht. Ach, du Scheiße. Ich bin ja schon mal in einer halben Stunde. Tut mir leid. Aber jetzt werde ich dann mit dem Swag von dieser Folge entlassen. Ja, ich werde direkt im Anschluss weiterspielen. Ihr müsst leider eine Woche warten. Aber. Da ich von dem Messenger nicht genug kriegen kann. Gibt es ja immer eine Doppelfolge. Steht nur nicht in meinem Banner drin. Aber. Es kommt eine Doppelfolge. Das ist bei mir sonntags ja immer so. Und deswegen. Gucke ich mal, ob ich vielleicht sogar eine Quattro-Folge mache. Also vier Folgen. An einem Sonntag. Muss ich mal schauen. Auf jeden Fall sage ich schon mal. Danke sehr fürs Zusehen bei der Messenger. Ich hoffe, ihr habt Spaß an dem Spiel. Ich auf jeden Fall. Und wir sehen uns wieder. Schaltet ein, wie es wieder heißt. Der Messenger. Bis dann.